Alle in Deckung. Warte, bis er sich absetzt. Okay, knall den Typen am Fenster ab. Ruckzuck. Hier lang. Bringen wir es hinter uns. Unter Abschuss. Leg ihn leise um. Mach sie fertig. Hier lang. Kontakt vor uns. Und oben bewegt sich was. Geh hoch und erledige. Überlass diesen hier mir. Verstanden. Oh nein. Feuer frei. Erledige sie. Schnell. Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Alles klar. Los. Geh hoch. 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 Kein Vladiš in Sicht. Oh Mann, kannst du diese Scheiße glauben? Nein. Alter. Oh Gott. Bringen wir es hinter uns. Das war's. Lass uns jetzt hüten. Ja. Das war eine Schölle. Woher soll ich wissen, wo Vladiš ist? Das Schwein ist wahrscheinlich betrunken und in seiner eigenen Pisse eingepänt. Woher soll ich es wissen? Vladiš ist nicht die Mission, Karl. Unsere Aufgabe ist der Film. Du siehst doch, was draußen los ist. Woran warten wir? Wir sollten Vladiš sofort kehren und uns so einen zweiten Besuch sparen. Hier geht es nicht nur um einen Mann, Karl. Die Welt muss diesen Film sehen. Die NATO lässt keinen weiteren Völkermord in Europa zu. Und wie viele Unschuldige müssen noch sterben, bevor diese bekackten Bürohengste sich entscheiden, dagegen etwas zu unternehmen? Wir wissen nicht mal, wo Vladiš ist. Ich kenne deinen Ort. Der Lauer Scheiße. Ich hole mir Vladiš. Alleinpid sein muss. Fuck. Du bringst uns zu Vladiš ohne Tricks, sonst bist du tot. Verstanden? Ja, ja. Verstanden. Dann los. Nach dir. Hör zu, Panzer, Mann. Verstecken. Und nun? Was passiert? Soviel zum Laden. Bleib nahe bei mir und tut, was ich sage. Du gehst voran, aber keine Dummheiten. Okay, los geht's. Ja, los. Ja, los. Ich kann irgendwen nicht schießen. Da, kümmert euch um die Soldaten. Benutzt dein Messer. Der linke Hurensohn ist für mich. Und? Ja, schreie ruhig auch. Verdammt, Mann. Bring das unter Kontrolle. Verstanden. Lattichs-Männer haben es verdient zu sterben. Halt die Klappe und geh. Das ist eine Logik. Er steckt ihn da ab und zieht ihn zwei Zentimeter weiter. Schreit hier rum da hinten, nicht fein. Dann. Die da haben die Pfeize noch keinen. Ha! Das Glück ist mit uns. Oh nein! Sie ist Kohl! Ein guter Schluss, Partner. Schalte du die Patrouille aus. Ich nehme den anderen. Es soll kein Alarm ausgelöst werden. Roger. Erstmal zur Ruhe kommen. Komm, wett ruhig. Guter Abschuss. Folgt mir! Oh! Oh! Nice! Ah, man, es war noch. Wohin? Boah, ist hier das gar nicht. Schalte ihn unbemerkt aus. Natürlich. Ist hier den Gang. Jetzt hab ich jetzt sowas gut gesehen. Weitere Mörser. Das wird ja ziemlich konkret hier. Sag mal, wie kommst du hier klar? Mein Cousin lebt in New York. Er vergoldet jeden Tag fünf Stunden im Stau. Wie man das macht? Das ist nur eine andere Art von Dschungel. Anpassen oder sterben. Da, seht! Was für eine Scheiße geht jetzt ab? Sei ruhig und nicht angreifen. Bastarde. Ich kenne diese Männer. Ich kümmere mich darum. Kein Problem. Wartet hier. Nein! Merinov! Verdammt! Was? Warum ist er... Ich hab... Jetzt hab ich den Blatt. Was für eine Scheiße geht jetzt ab? Hey! Wir haben nichts gemacht! Bitte! Sei ruhig und nicht angreifen. Brrsche! Brrsche! Bastarde. Ich kenne diese Männer. Ich kümmere mich darum. Kein Problem. Wartet hier. Nein! Merinoff! Verdammt! Komm, gib mir die andere Waffe. Schalte sie aus! Wir brauchen diesen Arschleben! Oh! Mehrere Feinde im Hintergrund. Sichern und laden! Fuck. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. So, fucking... Isn't das? Another story. Somewhere pode- Oh, man. Oh, man muss das sein. Keine Deckung. Das ist unglaublich. Der rennt am... Was für eine Scheiße geht jetzt ab? Sei ruhig und nicht angreifen. Oh, mein eigener Partner. Du Scheiße. Du Bastarde. Stur, ehrlich. Ich kenne diese Männer. Ich kümmere mich darum. Kein Problem. Warte dir. Nein, Merinov. Freunde, hallo. Fein, Merinov. Schalte sie aus. Wir brauchen diesen Arsch lebend. Alter. Mehrere Feinde im Hintergrund. Schichern und laden. Wenn er nochmal sowas hat, zieh, töd ich ihn persönlich. Dieser Platz ist total für den Arsch. Wir müssen weiter nach oben kommen. Das gibt es einfach nicht. Das gibt es einfach nicht. Ich kann mich so... Ich kann das jetzt aber raussehen. Geht jetzt ab. Geht jetzt ab. Schalte sie aus. Wir brauchen... Sehr bisschen auch. Mehrere Feinde im Hintergrund. Schichern und laden. Wenn er nochmal sowas hat, zieh, töd ich ihn persönlich. Dieser Platz ist total für den Arsch. Wir müssen weiter nach oben kommen. Ja, ich weiß nicht, ich habe da noch getroffen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin mir so weit weg, ich hab sie zu. Ich bin so weit weg, ich bin so weit weg.